Der ist eh dran. Hm. Das ist ein nervenskrank. Der dürfte aber auch schon abgelaufen sein. Und wo geht der hin? Ähm, jetzt jagt er die andere. Der ist auch tot. Oh. Ich bin hier oben. Ich fang hier gerade an das Ausgangstor zu öffnen. Ich komm. Er kommt wieder. Mach weiter auf, bitte. Jetzt. Ich hatte keine andere Chance. Ich hoffe, du kommst rein. Nee, tu ich nicht. Scheiße. Scheiße. Du bist doch noch rausgekommen. Oh Gott. Oh Gott. Er hat einmal daneben geschlagen, ansonsten bin ich tot gewesen. Ich bin hier oben draufgehoben. Oh Gott. Oh Gott.